Hallo, ich heiße Teresa, gehe in die Technikfachschule in Haslach und drehe heute mit der neuen Drehmaschine Handlingswerkstücke für den Roboter. Nun habe ich für die Werkstücke ein Roboterprogramm erstellt. Und dann habe ich für die Werkstücke ein Roboterprogramm erstellt. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.